und so weiter und so fort weiß noch mal auf den neuen einfach zu kurs kommt ganz bald raus selbst behauptung challenge neu ausbildung immer los viel los bei liebe chip und ich habe auch meine größeren pakete mal aktualisiert und neu zusammengepackt ja heute haben wir glaube ich eine extrem wichtige frage und zwar denken ja viele immer wenn sie so ein bindungsängster date und so wenn der sich jetzt verändert und drei stunden therapie gemacht hat und ich weiß nicht was dann treten alle meine fantasien in kraft alles wird gut und wir reiten auf unseren weißen blumentopferden den sonnenuntergang entgegen und vielleicht blärt euch diese mail eines besseres von katschenkola und sie schreibt hallo christian dank für dein feedback du hast mir vor einen monaten schon mal unter dem titel das geheime buch toxischer beziehung gegeben hast hat mir deine ratschläge zu herzen genommen die toxische beziehung beendet und ihn blockiert obwohl er immer wieder versucht mit mir kontakt aufzunehmen immer wieder andere e mail adressen was übrigens stalking ist blieb ich konsequent dann ein paar monate später verunfallte mein kanarienvogel ich verändere die sachen ja so ein bisschen und gleichzeitig wurden noch andere hausträger krank und ich musste mich gleichzeitig an einer neuen stellung sehen das war eine harte zeit dann am frühen abend stand man ex wieder vor meiner tür ja die riechen das ja irgendwie aber ist tatsächlich so wenn man live events hat wird man extrem anfällig für rückfälle das ist glaube ich nicht nur bei drogen so typische sache hier jetzt können wir uns ja denken wie so typischerweise läuft aber es läuft scheinbar etwas anders er hatte genau den richtigen zeitpunkt erwischt also vor mir stand wurde ich leider schwach ich hatte einfach keine energie mehr mich diesem thema auch noch umzuschlagen jetzt könnte man ja denken ja ich wollte ja auch mal wieder kuscheln und ich weiß nicht was also kann man auch so sehen ist mir auch wurscht letztlich aber eigentlich ist es ein bisschen wie ein schluck aus der pulle wieder nehmen so ne ja vielleicht ist es ein bisschen besser als ein schluck aus der pulle aber das viel vielleicht auch nicht er hat mir die darauffolgenden wochen in dem er für mich da war und verhielt sich dann komplett anders als noch zu beginn der beziehung also wie das eigentlich haben willst ne er hat mir die darauffolgenden wochen in dem er für mich da war ja ich genosse es auch nicht mehr allein zu sein jemand zu haben welcher sich um mich kümmert anfangs dachte ich mir sein verhalten wird sich wahrscheinlich eh bald wieder ändern aber nun läuft sie schon vier monate er benimmt sich extrem fürsorglich aber es könnten ja die weißen pferde kommen mit den langen mähen und ihr reitet ohne sattel auf den über blumenfelder in den sonnenuntergang aber so ist es einfach ist es leider nicht also aber irgendwie kann ich gegenüber jedem keine tiefen gefühle mehr zulassen das ist doch spannend oder es geht einfach nicht mehr und nun sieht es so aus als wäre er der liebe psychische part er ist extrem anhänglich und klebrig möchte immer mit mir sein was da ich überwollte ist und jetzt ist es okay wir gucken uns das ganze mal hier auf seinem diagramm an sondern gucken uns sonst die dynamik doch mal an in einer toxischen beziehung also wir haben da eine person eine person ist kann ja diese unglaublichen mal fähigkeiten von mir ein spiel und die andere person zack 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 so und eine person hier plus pol läuft also die ganze zeit diesen minus pol hinterher also läuft hier die ganze zeit dem hinterher darauf hinterher und eigentlich bleibt ja eine regel dabei um eine krümelbeziehung und hier immer dopamin 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 haben wollen haben wollen haben wollen dopamin 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 und ab und zu kriegt man mal und kick und ich weiß nicht was so und das gibt es habe ich ab und zu auch mal bekommen es gibt jetzt ab und zu mal so seltene geschichten dass ja dass irgendwas passiert also das kann natürlich auch nicht unbedingt vorhersehen sage ich mal andere sorgen grässliche live events mit dem er klarkommen muss ja kümmert sich vielleicht mehr um sich und ich weiß nicht was so und jetzt plötzlich ändert sich das und diese person wird zum minuspol die wird zum pluspol so jetzt jagt die der person hinterher so jetzt könnte man ja sagen ja was wollte er sie diese person die wollte doch die ganze zeit die haben und jetzt kommt sie und das ist ja immer was man denkt in seinen liebesüchtigen fantasien jetzt kommt die person und dann der himmel geht auf und das symphonieorchester spielt und rosa monopilcher steht vor allem und sagt ja hier seid ihr jetzt und die titanic läuft auf und ihr steht am bug irgendwie und alle violinen singen aber es ist überhaupt nicht so weil das ist ja was man nicht wahrhaben will dass eine dynamik gibt nämlich eine dynamik in der beide partner ein abstand hier kreieren so es gibt eine dynamik in der beide partner hier einen abstand also einen großen abstand beide manifestieren und deswegen war vielleicht am anfang aber der vielleicht in aktiven bindungsangst die person hier einer passiven bindungsangst aber wenn jetzt sich das umdreht und er läuft ja hinterher da muss der gleiche abstand wieder hergestellt wenn das ist was man immer nicht versteht das ist die passive bindungsangst von dieser person es muss der gleiche abstand wieder hergestellt werden und deswegen ist die jetzt so abgefuckt dass irgendwas willst du überhaupt was läuft hinterher und du bist nie die und du nervst also eine komplette änderung der pole das ist was ich immer wieder sage es ist leicht vom pluspol in minuspol zu fallen diese sache hier kleiner zu kriegen und eine echte intimität zuzulassen das ist die eigentliche aufgabe und deswegen reicht es nicht dass der partner zurückkommt sondern also erstmal muss diese person auch ihr eigenes muster aufarbeiten und beide sind eben letztlich nicht in sicheren bindungs mustern und daher irgendwo auch ja ein großes stück inkompatibel ja hoffe das war vielleicht eine ganz gute erklärung ja ich lese mal noch zu ende mich erdrückt dieses verhalten ich finde es je länger je mehr unattraktiv das ist ja auch noch eine sache dass hier bei sönders so rum ist wenn der mann in bindungsangst polis kommt offener polaritäts aspekte dazu weil man denn da sehr ein bisschen laid back ist und zurückgezogen wirkt polarer und jetzt wirkt er auch noch unpolar irgendwie wir führen eigentlich eine sehr harmonische beziehung streiten nie und der passt sich mir immer mehr an das was das wollen wollen das dachte das wollen alle pluspolier das finde ich auch je länger je mehr irritieren irgendwie blicke ich überhaupt nicht mehr durch spielt da mir nur etwas vor nöö ist glaube ich nicht wie wahrscheinlich ist es dass er sich wirklich so geändert hat ja menschen ändern sich nicht so schnell aber man kann sehr schnell von plus und minuspol rutschen und umgekehrt nur in die mitte ist halt schwierig habe ja auch so ein umsonst produkt bei mir auf liebe chip da erkläre ich noch mal liebe chip barometer diese diese skala mit plus fünf minus fünf laufsangst bindungsangst holt euch das unbedingt mal das gleich als erstes als erster kurs da oder merkt ihr einfach dass er mich noch nicht hundertprozentig anangeln hat und darum läuft die love roaming phase noch na jetzt bist du ja im minuspol und er läuft ja hinterher vielen dank christian für dein ehrliches vielblick ich blicke hier nicht mehr durch na was du jetzt siehst ist dass ihr euch gespiegelt habt und ihr beide bindungsangst sehen habt das ist was ich immer wieder sage auch selbst erlebt habe man kann das nicht alles auf den partner schieben in dem moment wo der partner sagt ja hier bin ich da bin ich bindungsangst geheilt oder ich habe also es weiß nicht was damit eben jetzt ist also ist ja auch wurscht hier bin ich mache jetzt das was du willst und bin immer da genau wie das haben wolltest hier bin ich zieh bei dir ein heiraten dann ist auf einmal der ehemalige pluspol auf einmal oh mein gott das wollte ich doch nie weil darum geht es ja dass beide parteien können keine tiefe nähe zu lassen und führen dann diesen irrsinnigen tanz auf zwischen plus und minuspol und also wenn der pluspol so auf nähe wirklich immer aus wäre das ich ja vielleicht schon jemand anders gesucht gleich ne aber das ist häufig unbewusst und dann merkt man deswegen ist in meinem modul system geht ja los bei modul 0 da geht das schon gleich bei modul 4 6 und 9 habe ich drei bindungsangst kurse eigentlich müsste ich auch noch mal ein extra verlustangst kurse machen aber gut das ist ein bisschen im modul 1 dann aber ähm weil es so ein riesen thema ist ne das ist echt wahnsinn 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 ja ich hoffe das hat euch müssen erleuchtet und wenn ihr auch solche fragen stellen wollt könnt ihr bei formular auf lebeschiff.de machen und wir sehen uns bald wieder wir sehen uns bald wieder